Ich weiß, dass vor kurzem ein Kollege auf einem Kongress so eine Zusammenfassung seiner Schwangerschaftsbeendigung ganz stolz dargestellt hat, viele Diagnosen gestellt, viele Paare betreut und dann ist auf einem medizinischen Kongress ein Kollege, den ich auch gut kenne, der ist da aufgestanden und hat ihn als Mörder beschimpft, auf einen Kongress. Ein kleines Mädchen. Das ist das Kleinhirn, also im Gehirn, hinten das Cerebellum. Das war bei mir, glaube ich, eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 9000 oder so, also ziemlich eindeutig, dass da nichts ist. Ja, doch. Dann hat sie nichts gesagt und geguckt und immer noch nichts gesagt und sie bleibt still. Und irgendwann hat sie gesagt, ja, da ist etwas, die mir gar nicht gefällt. Also in der Ultraschall gab es so eine große schwarze Stelle. Man, ich habe es ja gesehen in der Riesenaufnahme, da war ja alles dran an dem Kind, ne, eine süße kleine Nase und kleine Hände. Und ich dachte dann, ein Kind kriegen mit dem Ergebnis, dass es dann tot ist und ich das dann auch noch bestimmt habe. Ich habe mir gedacht, das ist so eine lebenslange Schuld, die ich dann trage. Und manchmal denke ich, Mensch, ich muss doch jetzt mal was sagen, mache ich das nicht, weil ich auch selber nicht wüsste, was ich machen würde. Ja, ich dachte, alles geht gut, ich bin schwanger und ich kriege ein Kind, Punkt. Und jetzt denke ich anders, ich denke, okay, ich bin schwanger und es kann alles passieren. Und jetzt denke ich ihnen das, ich finde. Und jetzt sage ich, liebe転 Mitt Vielen Dank.